Morgen. Was passiert hier? Jetzt geht's los. Wohin? Weiß ich nicht genau. Ich weiß nur, dass es ungefähr 6000 Höhenmeter sind. Ganz schön heftig. Ich freue mich schon, wenn es weh tut. Eili, das spiele ich dir dann vor. Ja, das ist über 50, das passt noch. So, ein schönes Klo-Gurschen. Jetzt sind wir knapp zwei Minuten unterwegs. Die Sonne kommt. Die Temperatur ist perfekt. Bergheil. Bergheil. 1600. 8 Kilometer. Und 2 Kilometer. Und 2 Kilometer. Ja! Wahnsinn! Du siehst noch, Zischkele. Yes, let's do it! So, jetzt waren wir gerade am Zischkeles-Gipfel. Jetzt haben wir knapp 13 Kilometer Abfahrt runter nach Praxma. Und dann kommt unser Nächster-Gipfel der rote Kogel gegenüber. 12 Minuten mit der Anstieg. Noch ist alles super. Wir sind 6,5 Stunden am Weg. Motivation ist da. Krölli, wie ist die Lage? Krölli lebt noch? Tiefenentspannt. Gut. Die Jungs ziehen mich von einem Gipfel zum anderen. Also mega. 3 Minuten. 3 Minuten. Oh, das ist voll zu kalt in die Hände. So, jetzt sind wir am Schafleger-Kogel. Ein fünfter oder sechster Aufstieg. Ja, dann kommt drüber. Packt einmal die Zungen. Und dann rüber. Vermutters. Herr Keil! Herr Keil! Herr Keil! 40 Kilometer aufs Vortl. Also Ende vom vorletzten Anstieg. Dann haben wir nur noch knapp 500 Kilometer aufs Spiegel-Köpfe. Wir sind jetzt 12 Stunden am Weg. Was? Was?